Ja hallo, grüß dich, servus. Du bist doch auf der Suche nach einem passenden Job. Ich glaub, da hab ich was für dich. Darf ich vorstellen? Konstantia. Äh, ich meine natürlich Konstantia Teich. Konstantia Teich macht Verpackung und zwar die, die direkt das Produkt schützt. Stell dir mal vor, du kaufst Butter ohne Folie, Joghurt ohne Deckel oder Katzenfutter ohne Schale. Mit großem Know-how und verschiedenen Technologien schafft Konstantia Teich für jedes Lebensmittel ein Zuhause mit maßgeschneiderten Eigenschaften. Die Maschinen dazu sind riesig. Aus einer Rolle Aluminium wird durch Walzen, Drucken, Schneiden, Prägen, Stanzen und Tiefziehen die vom Kunden gewünschte Verpackung. Ich sag's dir, bei Konstantia Teich zu arbeiten fühlt sich an wie die Arbeit dort, die Arbeitskollegen, deine Ausbildung und Weiterentwicklung und großartige Fitnessangebote. Am besten du schaust dir das selbst nochmals an. Unter www.cflex.com findest du alle Infos. Zufriedene Mitarbeiter sind dem Unternehmen wichtig und deine individuelle Karriere bei Konstantia Teich kann jetzt losgehen.